Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Gucci Gangs. Mit dem Dallocard. Nein. Oh, come on, das ist lustig. Xleyra ist auch dabei. Und Sachse, Gucci Gang und Kundran ist auch dabei. Kundran wurde erst vergessen, ja. Dab, 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 dab. Deswegen nimmt er auch keinen Charakter. Hat er Sachse gesagt? Sachse hab ich gesagt. Klar, Sachse ist auch voll eingestiegen. Sachse hat auch gedabbt. Sachse ist gut eingestiegen. Kannst du uns noch einen Operator? Ja. Danke, Kundran. Ich wollte Kapuze nur ein bisschen Zeit zum Laden lassen. Bist du? Also, das ist aber nett. Du lässt mich nicht als schlechter Mann dastehen. Das finde ich lieb. Der Kundran kümmert sich um mich. Fake. Der Kundran kümmert sich um mich. Nettes Kerlchen. Heute ist der siebte Zweiter. Heute ist der siebte Zweiter übrigens. Genau. Heute ist noch kein Patch, kein Zombie-Modus 2019. Kunra, weißt du, was ich gerade hab? Ein Mund-Eck. Ein was? Ein Mund-Eck. Das könnte theoretisch ein Toblerone sein in Österreich. Stimmt. Das Wort gibt's bei euch nicht? Ne. Mund-Eck. Okay. Was soll das sein? Das Ding ist einfach, wenn du im Mund-Winkel, also rechts oder links halt, ne, ne Entzündung hast. Alles klar. Das ist ein Mund-Eck. Wie heißt das bei euch? Entzündung im Mund. Wow. Ja. Und wenn ich, ein Schnitzel heißt bei euch ein paniertes Inchen. Nice. Mund-Eck. Ihr habt's überhaupt keine... Enkel? Ja, es wirkt so als wenn ihr euch das alles ausgedacht habt in der Schule. Mund-Eck. Weil das im... Ich weiß, das klingt komisch, aber wenn man damit aufwacht, klingt das gar nicht so komisch. Klingt das. Ja, komm mal. Du hast doch selbst gesagt, das klingt komisch. Nein, aber wenn man... Ich finde viele Morde klingen komisch, aber wenn man damit aufwacht, dann ist es nicht so. Wenn man mit dem Mund-Eck aufwacht. Mund-Eck. Wie heißt das nochmal? Das ist immer doof, wenn du mit dem Mund-Eck aufwachtst. Das ist so scheiße, weil... Das kannst du nämlich, wenn du aus einem Glas trinkst und ein anderer aufhint das auch, Kannst es weitergeben, ne? Das lernt uns jeden Tag. Da muss immer den Mund kreis um den ganzen Mund rum. Wenn der Alex wieder mit dem Coca-Cola trinken wird. Warlhack. Wetten wir, kommt der Coy gleich? Wann kommt der Coy? Wann kommt der Coy? Wann kommt der Coy hier? Wann kommt der Coy hier? Wir haben alle im Chat aus. Alles echte Gamer. B ist komplett frei. Kann mir jemand ein Dings geben? Äh, irgendwo hinter? Ja, oben rausgegangen. Ja, oben rausgegangen. Stattdecken da. Da hinten. Ich hab aber geklingelt. Achso, ich hab ja... Ich hab ja die Bombe voll festen. Da war Alex. Ich hab ihn einmal angeschossen. Links oder rechts? Draußen. Er ist jetzt links wieder. Er ist wieder oben raus. Draußen. Arschloch. Ja, er ist down. Äh, noch einer oben. War das derselbe? Ja. Bombe ist gelegt, aber die wollen sie entschärfen. Die ist schon dran. Der defused direkt. Der defused. Okay. Oh, sorry Dalu. Das war von Dalu? Alles gut. Von außen. Er ist von außen reingekommen. Ja. Da Haupteingangstür. Das letzte sind Spiele, die von außen reingekommen. Nein, spiel doch mit ihm. Spiel mit ihm. Sag's mir, wo schaust du immer da rüber? Spiel auf Zeit. Zeit. Läu. Mach auf Zeit. Mach auf Zeit. Geh raus. Geh weg vom Bus. Sag's dir, schau doch mal links. Ja, der Sachs ist tot. Das ist doch Alex, Junge. Nein. Nee, nein. Ich mein die Kamera. Schau doch an. Das ist in der Kamera nicht. Oh, doch. Der Staat. Nein, ich hab die ganze Zeit Alex durchgegangen. War das gerade anstrengend für die ganzen Kreuzer im Hintergrund. Ich hab's gehört in der Kamera. Du hättest in der Kamera müssen. Du hast eigentlich die Runde komplett riskiert. Ich konnte nicht weiter nach hinten. Da hätte er mich kennen können. Hinter dir war ein Bus. Der war einmal kurz weg links und nachzuladen. Ja, der ist noch drei Meter. Und Kapuze, du kannst auch von den Kameras eigentlich die Spieler wechseln. Ich will doch die Kamera sehen. Aber warum? Weil ich so richtige Calls auch. Ich bin da voll im Stress. Weil die Kamera immer Sinn macht. Weil die Kamera immer Sinn macht. Freu mich ist ein Ace, ja. Die Kamera macht immer Sinn. Wenn ich noch betone. Egal wo sie hinschauen. Schönes Ace. Nebenbei, ja. Obwohl du trotzdem am Ende zu viel riskierst. Nein, das war nicht. Der war die sicherste Stelle von allen. Nein, das war nicht. Der war einmal links weg. Da hättest du abhauen können. Aber dann hätte er reinspringen können. Ja, da hättest du es gesehen. Ich gehe nach oben gleich. Hat jemand schon aufspringen? Nein, nein, nein. Ich hab ja einen Dropper. Aber du hast das Ace ja sowieso nur bekommen, weil du mich low geschossen hast. Geht das nicht hiermit? Uh. Ich weiß nicht, was hast du? Was hast du hier für Lags? Ich hab einen Traum bei dir aufgemacht. Ja, schau dir gerade auch, dass eure Netzwerk sind. Wer lässt sich hier töten? Warte mal, hab ich gerade eine Wand verstärkt? Nein, die nicht ey. Mach's nie. Ey, die haben die Twitch-Drohne kaputt. Shit, ich bin super spät. Was denn? Ist der Schmerz oder bist du noch drin? Ne, ich bin super spät. Ich schaff das nicht. Oben. Lass mich rein, lass mich reinkommen. Lass mich rein. Die Gegner haben meine Waffe lokalisiert. Ja, die wollen von oben. Ich brauch Hilfe oben. Scheiße, ich hab meine Wände verbraucht. Das war so dumm. Warte, Alex, soll ich zu dir rauf? Ich hab noch ne Wand. Ich hab noch ne Wand. Ich hab nur keine Ahnung, wie man hier... Ach, Dalo ist er auch hier. Okay. Sachsen, dann bleib ich bei dir und mach hier nochmal zu. Hast du noch was zum Verstecken? Jojo. Nein. Ich hab was, aber ich würd hier gerne up-aimen. Die Schungszahlen aus. Können wir hier zu machen, ne? Ah, okay. Die greifen schon an. Hier kommen sie leider schon. Ich kann hier nicht mehr weg. Ja. Was? Ja gut, der ist ja offen. Da ist ja Alex. Ja, ja. Fenster bei uns. Oh, yes. Oh, shit. Haben wir's reingeworfen? Ja. Oh, ja. Immer gechillt, immer gechillt. Wisst ihr was bei mir dann? In dem Raum? Selbst von nicht. Ich lade ein neues Magazin! Irgendwo hab ich nen Wuh. Irgendwo hab ich nen Wuh. Irgendwo hab ich nen Wuh. Ich weiß nicht wo. Ja, wo hast du denn die reingeschmissen? Ja, hab ich nicht, das wüsste. Scheiße. Hier bei mir unten ist einer. Habt ihr irgendeine was zum Sprengen? Ich glaube ja, ich hab was zum Sprengen. Ja, ich hab was zum Sprengen. Kannst du zu mir kommen und das hier aufregen den Boden? Ich hab's den nicht töten können. Ist die noch in der Halle? Also genau hier einfach irgendwas zum Sprengen. Kannst du oben zu den Vorburg gegebenenfalls kommt da, du kannst du scheinen. Genau hier. Okay. Geh weg. Warte noch. Ja, danke. Jetzt. Jo. Warte, noch eins? Bei dir ist das Fenster aufgefallen. Ja, 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 ja. Scheiße, können wir die Haupttür wieder zumachen? Bei uns geht hier alles auf. Äh, ich könnte zu riskant sein. Na, ich kann mich nicht mehr decken jetzt hier. Da durch. Ich bin runtergefallen. Och, das ist Dalu. Dalu, hier ist überall auf. Katastrophe. Hinter dir wird Zeug reingeschmissen. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Brauchst du dich, das da wieder zuzumachen hinter uns? Was genau? Die Tür. Die Tür hier. Ja, die hindert uns daran, hier runter zu gucken. Und dann ist halt einfach anders. Was soll ich tun? Das funktioniert. Und das Fenster so noch zu. Sagst du nein! Ja, egal. Hauptsache, du wirst. Ich hab schon Ehen, jetzt müssten wir auch noch hier. Ich fack. Och, wie weit kann man denn da runter gucken, alter? Ja. Ja, eigentlich. Von wo? Wir wollen die anderen. Das Fenster bei. Das Fenster bei. Das Fenster. Du guckst die ganze Zeit drauf. Ja, also das Fenster hier. Ja, ja, da. Noch mehr. 2, 3. Ich glaub einer ist hier aber auch schon durchgehüpft. Da sind schon mal zwei. Ja, Axelira, das ist sehr gut hier. Ah, ist halt komplett frei. Oh, oh, was war das jetzt Alex? Hast du gesehen? Oh, okay. Ich mach sie hin. Fallen ist Rona. Bei dir kommt einer Alex. Guck hin. Einer müsste außen gewesen sein. Wo haben die das jetzt geplantet? Rona ist rein. Scheiße, das würd ich mal behaupten. Das ist jetzt richtig scheiße für uns. Sieht man ernsthaft hier auch? Ja. Tja. Keine Möglichkeit unterzukommen, richtig. Ah, ja. Das ist halt echt ein Spiel mit Taktik. Warte mal, das ist doch das geile Furze-Fenster. Mhm. Da wird reingefutzt jetzt. Da, wo keiner sein würde. Hä? Ist da wirklich keiner? Dalu? Soll ich einen anderen nehmen? Vielleicht? Nimm das, womit du am besten schießen kannst. Ohne Gadget. Also unabhängig vom Gadget. Also Fuse. Fuse-Idees. Die Akazja ist nicht schlecht. Das stimmt. Gefutzt. Könnt's euch schon freuen. Wenn ich jetzt einen Ace habe, ja? Halt schon langweilig, wenn ich immer die Aces hole. Na komm. Könnte gleicher Raum sein, wo wir waren. Ne. Da, wo sie schon vorher. Also erster Raum. Okay. Denk dran, da oben kann einer rauslaufen. Da muss einer hingucken. Ja, stimmt. Ja, ich stell mich da jetzt hin. Also unten am besten von unten gucken, ne? Wo ich von gekämpft habe wie den letzten. Ja, der Raum ist auch tatsächlich besser, weil der halt relativ dicht ist. Also B meine ich jetzt. Ja, ja. Wir haben sie jetzt ja komplett zugemacht. Wenn der nicht gerade noch drin ist. Vielleicht noch besser für uns rein. Ich lege mal die Bombe hier hin. Ja, freundlich. Ja, danke. Wir sind dran. Draußen schon wieder. Achtung. Wo liegt der? Läuft denn der da? Die bauen wir noch ab. Denkt an die Kameras. Die sind wichtig. Die sollten weg. Entschärfer wurde zurückgeholt. Okay, hab zwei. Die Angst ist halt wieder schnell rein und raus, ne? Scheiße, die sind mal mit der Stachel da drin gelegt. Ey, hier hat der Typ das letzte Mal von außen raus geschossen. Von der Richtung. Genau, da oben. Ja, wir fahrens ein bisschen weit, aber. Ja, da guck ich hin. Sagt bitte bescheiden, wenn ich die Doppeltür aufmachen kann. Sonst sehe ich nichts. Irgendwo ging grad was auf. Ich weiß auch nicht, ob es hier war. Oben. Oben hier, ne? Bei uns. Also ich hab nur das Fenster dahin. Tschüss, tschüss auf mich, tschüss auf mich. Ja, das Fenster. Hinter der Dopp. Einer ist im kleinen Raum reingegangen. Also da, wo wir planten wollen, da ist einer drin jetzt. Alex, ich würd gern die Tür aufmachen. Ich hab ihn einmal... Scheiße, ich hab ihn einmal angeschossen, glaub ich. Er ist nach rechts weggelaufen, Treppenhaus. Okay, guckst du weiter? Ja. Weil ich seh rechts den Gang nicht, ne? Wenn er rechts biegt, kann ich ihn nicht sehen. Ich wollte nur den Stacheldraht da weg haben. Ne, da ist Jägermodul drin, leider Gottes. Und einer ist drin. Ja, der muss hinter der Bombe irgendwo sein. Bein draußen. Rechts, rechts. Ich weiß nicht, wie weit... Ja, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange er es riskiert. Kann ich ihn auch reinfutzen? Vielleicht von oben oder so? Ich weiß nicht, ob es da rüber einen Raum gibt. Kannst du nochmal versuchen. Dann geh ich nach oben. Ich hab den rechts einmal angeschossen. Ich geh oben rein, ich riskier's. Wo ist das hässliche Teil? Ist irgendwas aufgegangen? Ah, das war kaputt, ja. Rechts hab ich da, hallo. Das könnte der gewesen sein. Das war grau. Kannst du da oben drüber hoch? Ne, Doc oder Rue. Wir haben das. Da ist noch einer rechts weg. Ah, der hat oben ein Loch gemacht. Der hat oben ein Loch gemacht. Ja, kannst du da dein Futze Dings irgendwie reinmachen, dass du auf B mal kurz füßen kannst? Immer reicht schon. Ne, warte mal, warte mal. Stopp, 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 stopp. Ja, ja, warte, warte, warte. Kann ich da in den Boot? Ja, das geht sogar. Kapuzt ist das safe, oder? Achtung, 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 futzt. Hab Schachtel grad zerstört. Ich futze um, ich futze um nochmal. Sag sie, pass auf. Ne, 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 ne. Okay, lass, lass, lass. Hinter dir. Ja, ist alles gut. Weiter in die Ecke, dann kannst du liegen. Einfach in die Ecke. Ja, aber pass auf, pass auf. Die Wörterleine haben mich ausspricht. Ich blend dich. Ich hab die Tür links von dir. Theoretisch. Sieht gut aus. Okay, wunderbar. Ich bleib auf den... Ne, bleib einfach da. Genau, genau. Kunder, der oben kommt wahrscheinlich gleich. Vielleicht. Also eventuell, ne. Ich guck noch hin. Ist jetzt noch keiner im Flur. Will aber ich aber gleich ändern. Ich futze von oben. Hier rein einfach. Im Flur ist jetzt einer. Ne, 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 ne. Doch, ist egal. Du wirst nicht sterben. Oben kommt Kunder, glaub ich. Ja, ich ziel da weiterhin hin. Irgendwas, oder Kapuze. Ne, Kapuze. Hab eine, hab eine, hab eine. Nice. Der kam nicht. Das ist aber auch ein so geiler Spot, ey. Hinter diesem Autoreifen. Na, da kannst du dann durchgucken, ja. Wow. Holy shit. Hast du zwei Mal geschossen? Äh, ne. Also es kann sein. Der Reifen backt ein bisschen. Du teleportierst dich. Also du hängst an dem echt komisch dran. Du hast auch gut gespielt jetzt. Der Raum ist halt super geil einzunehmen, finde ich. Aber die kann man von oben super auch deffen eigentlich. Der war, ne. Man kann ihn gut deffen, aber man kann ihn auch gut einnehmen. Wenn oben ein ist, hast du keine Chance mehr. Was? Wenn. Weil das Problem bei diesen Maps ist, dass wenn, wenn der Sachs da, wo er geplantet hat, hätt die Meiner auf den Kopf geschossen. So dass du, weißt du, war an den Maps. Eigentlich bräuchte Sachs auch noch ein Schild über deinen Kopf. Ist ja geil. Ist ja oben angewinkelt, aber es reicht halt nicht. In dem Moment, in dem du plantest, ist das Schild auf deinem Rücken. Achso, ja gut, ja. Na, ich glaub der Kopf guckt drüber, ne. Was machen ihr euch? Hacking? Da schreibt einer. Ja klar, deswegen sind sie auch alle gelieft, weil sie denken wir sind hier die 1,2,3,7 Elite-Hacker. Okay. Nämlich als Kompliment, danke. Ich geh wieder hoch. Reputed? Was ist Reputed? Reported. Reported. Aber wie? Hä? Ihr müsst halt, also Arme gehalten werden, ne. Hast du noch nie YouTube-Kommentare gelesen? Aber Reputed? Ich dachte, das ist, das hab ich noch nie gehört, ja. Da kann man mir sagen. was man will. Ich hab das noch nie gehört. Und irgendwann hat man meine Weste nicht genommen. Nehmt's meine Weste. Bin ja dabei. Das war knapp am Headshot vorbei. Ja, ich hab das Ding halt weggemacht. Mach zu da, Stallo? Äh, was willst du? Die Tür. Ja, muss ja auch von außen ziehen. Willst du nicht zu mir reinkommen? Ne, ich will eigentlich wieder in Treppenhaus bleiben. Was ist wieder die doofe Weste? Äh, die doofe. Aber hier waren sie halt grad nicht gekommen. Da hab ich ja auch keine Bomben drauf. Geh rauf. Oh wow. Wie gehört, A muss gehalten werden? Da ist irgendwo was auf. Was soll das mit dürfen? Ich mach ja die Fenster zu. Ich hab was vergessen. Irgendwo wieder was aufgegangen. Ja, damit hab ich nicht gerechnet. Die ist schon drin. Wo schießen sie? Wo ist die denn rein? Haben auf B geplantet oder auf A? Was war das jetzt? Wir haben unten bei A B geplantet. Also B sicher? Ja, und haben Gläs draußen. Gläs ist draußen wahrscheinlich, weil hier der Smog liegt. Anderen Sinn macht das gar nicht hier. Ehe ist Schild. Einer müsste füllen bitte. Und die Anderen wird noch richtig. Er hat's kassiert. Ich hab ihn einfach so lange verprügelt. Hast du ihn wirklich verprügelt? Ja, viermal oder so haben wir uns gebattelt da. Ja, das war ein Schaden. Da hört man noch Schüsse draußen, ey. Voll brutal. Kapuze. Guck mal hier an der Lesbenpunk. Nein, Quatsch. Aber nichts wird hergeholt. Kapuze. Ja, das war eine wunderbare Folge. Wenn's euch gefallen, gebt's doch einen Daumen nach oben. Ich bin dritter Platz und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Gebt alle Daumen nach oben. Tschüss.